Musik Am Anfang Ihrer Assistenz-Artslaufbahn an der Charité Werden Sie nun in Ihre neuen Fachbereiche eingeteilt Traditionelle benutzen wir hierfür den sprechenden Pratt-Giving mit Flecken Ich bitte nun die nervige Studentin, die im Seminar immer viel zu viele Fragen gestellt hat auf die Bühne Du liebst es, unnötige Details ungefragt zu rezitieren Du bist motorisch unbegabt, aber ein ziemlich helles Köpfchen Und in der Kidsstation hast du 100% gewonnen Innere Ich bitte nun den nächsten Assistenzarzt auf die Bühne Otto Und nun, Mr. Harry Potter Du hattest ein sehr gutes Abitur Beide deine Eltern sind Chefärzte Irgendwas ist falsch Was sehe ich denn da? Du hast damals bei Hochschulstadt als erste Ortspräferenz Heidelberg angegeben ... Lapportenny fraction Dallas MDR San Lapportenny